Musik 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 Ich mach grad meine Hose zu, das hoch und passere zu. Ja. Mit dem Schneeseckl. Ich kann Geld haben. Ich will richtig sagen. Wie jeden Morgen fangen wir als erstes den Niki. Morgen. Das Beste kommt dann zum Schluss. Wir sind alle total müde. Weil gestern zu lange gechillt, zu lange auf den Film geguckt. Lange ging voll ab. Ja. Wir haben jetzt schon ein kleines Outfit an. Von der Crew. T-Shirt. Crewcap natürlich. Gibt keine Crewcap. Sag mal was du heute vorst. Hey Leute. Halt die Fresse. Welche Schuhe? Ja eine schwarze. Ja gut. Nö dann geh so. Wir kommen doch wieder einfach noch. Ja wir kommen eh nochmal wieder. Aber das sind ja meine Tatschuhe. Tuba wir kommen doch eh nochmal wieder. Also du hast die Scheiße einfach so. Bist du sicher? Ja. Hier kommt doch nochmal wieder. Ja gut. Dann siehst du deine Nummer. Ja aber. Wir sind jetzt gerade hier an der Mauer. Die ist ja die Grenze zwischen Palästina und Israel. Da stehen so voll die Storys drauf und so. Dann haben wir hier zwei Künstler so. So einen Niki und einen Daniel. Die ganze Zeit so Fotos machen. Läuft bei uns so. Wir waren ja gerade so in so einer Bauschuttruine. Also das sieht schon heftig aus hier alles. Da sind hier überall Müllkatzen. Überall nur Dreck. Da hinten geht Tuba. Tuba! Okay. Bisschen Schappe. Ich geh nicht da drauf. Die sprüht. Oh shit Auto. Keine Ahnung. Wir müssen nächstes Mal einen Vlog machen. Wenn wir wieder Zeit haben oder so. Was geht ab? Ich bin total nass geschwitzt. Weil unsere Musik muss auf den Laptop von denen. Man kann nicht auf unseren Medien sein und nicht auf meinem iPhone und so. Und deswegen musste ich zum Hotel zurücklaufen. Ich laufe jetzt gerade wieder zum Festival. Habe alles per Mail geschickt bekommen. Jetzt am USB Stick gepackt. Danke Mama übrigens. Für deine Mühe. Ja. Warm Up kann ich mir sparen. Richtige Excellent Crew Aktion. Ja. Ach, mein Magen tut weh. Jetzt. Gucken wir, dass die Musik funktioniert. Und dann gleich auf. ich bin total, ich bin total glücklich. Inja die Musik. Ich bin total glücklich. Wir sind total glücklich. Aber es ist total glücklich. Für meine Musik, wir sind total glücklich. Das war überallross. Musik Es geht ab. Letzter Abend in Bajana. Wir sind jetzt alle duschen gerade vom Auftritt zurück. Es sind alle ziemlich platt. Morgen filmen wir noch die Abreise. Geben dann so ein kleines Feedback und so. Leider ist beim Auftritt, den wir gefilmt haben, dauernd sind irgendwelche Leute vor die Kamera gelaufen. Deswegen werden wir keine ganze Show uploaden, sondern nur die Stellen, wo man tatsächlich was erkennen kann. Und das sind leider nicht viele. Aber wir haben noch die Hoffnung, dass einer der Kameramänner oder Kamerafrauen dort eine Aufnahme hat und wir die vielleicht später noch im Nachhinein irgendwie bekommen können. Ja, bis dahin.